Machen wir einen Booster an, weil wir eh hier im Planeten sind. E-Game Convention, die kommt uns jetzt sehr gelegen. Von Heliquidity Online haben wir 3,5 Millionen verkauft, ist nicht schlecht. So, zack, zack, zack. Ähm, Dialoge. Es ist klar, dass ich jetzt hier irgendwas beschneiden muss, weil das nicht wirklich passt bei einem Large Game. Simpel. Mini-Games brauchen wir nicht. So. So. Das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, wir müssen das so. Ja. Hier unten. Hm. Ich könnte auf irgendwas verzichten. Machen wir das so, ob ich soll. Oder? Machen wir das so. So ist auch nicht schlecht. Einfach Voice-Over. Oh, da muss ich irgendwas noch wegnehmen. Level Design. Oder hier. Passt. Wow. Scheint sehr gut zu laufen. Verdammt gut. Das habe ich scheinbar sehr gut ausgewählt. Ähm. Dann machen wir doch nochmal ein Marketing hier. Irgendwie Large. Um, 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 um. So. Okay, okay. Grafik muss ich hochdrehen. Soundtrack. Zack. Open the Surround. Irgendwie mal. Ja. Auch ein Mädchen. Nicht unbedingt. Das brauchen wir nicht. Dynamische Feld. Nicht unbedingt. Das ist schon schlecht. Das auch nicht. Können wir ein bisschen runter. Ja, warte mal. So. Rundredrehen. So. Oh. Eigentlich ist das so. Und. Eigentlich ist das so. Eigentlich ist das so. Das fehlt aber in der Grafik. Machen wir das so. Und vom schicken sag jetzt raus. Gute ist dabei ja, dass der Hype jetzt ordentlich hoch ist. Und richtig viel verringen wird. Nein. Zu spät gedustet. Was? Nein. Ah. Mh. Ach man. Hoppala. Wollen wir mal randalieren hier? So. Ähm. Ja. Ja. Dieses App Reborn ist jetzt leider weg. Das ist schade. Was ich hier wieder machen kann, ist eine Own Convention. Das pusht irgendwie mein MO so ein bisschen. Finde ich. So. Ähm. So. Finish. Ja. Neutropical Combo. Ein paar Sachen gelernt hier. Für unsere Angels und so. Okay. Okay. Certification. Das auch hier. Und dann. Kann doch ein Top Game werden. Awesome. Star Games. My new favorite. Best of its kind. Aaaaand. Jawoll. Full 10. Wow. Perfect Game. Yes. Wow. 1,7 Millionen. Am ersten Tag. Ich glaube davon macht man äh. Hier. Alter. Ich krieg 26,6.000 Fans pro Tag hier. Wow. Das ist äh. Wow. Das ist äh. Alter. Schon noch Video? Egal. Wir machen jetzt ein neues Expansion Pack für Hello Kitty Online. Hat schon 103.000 Fans. Ring 13. Warte es. Profit schon 11,5 Millionen. Joa. Ist ja ganz okay. Ähm. Machen wir das mal. Everyone. Triple A natürlich wieder. Ähm. Hab ich ja nirgendwo dran rüttel. So. Die Engine. Wenn es Ponytail. So. Hm. Next. 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 Immer noch Rang 1. Aus so vielen Wochen. Ja. So. Da muss ich jetzt wieder gucken wie ich das anstelle. Ich müsste. Ich müsste hier eigentlich jemand anderen hinsetzen. Wo ich es denn da wollte sein ordentlich brauche. Hm. Schauen wir mal bei Gameplay hin. So. Mal das hier alles wieder an. oder so. Oder so. Advanced oder. Keine Ahnung. Hoppala. Ähm. Wie hatte ich das denn hier nochmal. Onlineplay ist ja klar. Zack zack. Die Engine ist da schon. So. Richtig. Die Physik ist da gar nicht hin. So. Hm. Gamepad. Ja. Komm mach mal Gamepad an. Was schon. Skilltree ist natürlich. Hm. Was hinkriegen? Ich glaube nicht. Eins davon muss ich wegnehmen. Das hat schon ausgereicht eigentlich. Das auch. Aber. Hm. Ja. Das kann ich mir nicht so gerade sehen. Nicht vom Geld her. Sondern. Machen wir das so. Jetzt machen wir das Cutscenes. Oder. Ja. Das ist doch alles doof. Okay. Ähm. Ähm. Die Engine ist super. Okay. Ja. Jede mit dem Booster anmachen. Auf Abfahrten. Ja. Wir haben schon 10 Millionen verkauft von Dragon's War. Immer noch auf Rang 1. Und immer noch Kohle. 164 Millionen. So. 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 Langsam muss ich das Expansion Pack mal rausbringen. Das macht nämlich irgendein Minus. So. 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 Den haben wir nämlich da. So. Dann tue ich den jetzt da hin. Und. Das ist doch schon ganz gut so. Simple Body. Oh. Ne. So. Realistic Body Language. So. Das sieht gut aus. So. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Künstliche Intelligenz. Wow. Wir haben 12,5 Millionen verkauft davon. Und 175 Millionen eingenommen. Guck mal. Ein Large. Yay. Was können wir denn noch hier machen? Okay. So. Start Project. Marketing Kampagne für AAA. Das geht's gut an. Ey. Geh da rüber. So. Verboost. 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 Action Apps. Ja. Das verpassen wir jetzt leider. Na. Ja. Geht doch. Number One. Ja. Das wird den Vorgänger auf jeden Fall schlagen. So. Machen wir noch das dazu. Ist doch ganz lustig. Mh. Realistic weather. Wetter. Wie immer. So. Geht nicht. Das können wir auch nicht wirklich rückmachen. Mal. So. Momentchen mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss den Sound ihn hier reinhauen. Und. Bei Grafik den. Dann sieht das aber auch nicht gerade gut aus. Wenn ich die Grafik runterdrehe. So. Ja. Da können wir sogar realistisches Wetter rein tun. Das vielleicht noch. Aber Virtual Economy. Ja. Warum nicht. Nach der Gameconvention verkauft es so. Das spielt immer gut. Da hab ich schon auf 520. Nicht schlecht. Die Technologie ist ja über 1000. Und Design aber fast 1500 geschickt. Die Marketingkampagne soll mal langsam hier ein bisschen schlammern. Der Hype ist schon auf 610. Ich will auch irgendwas ausrichten können hier, einfach irgendwie. Ja, bisschen. Du kannst dich ein bisschen hoch kaufen, ne? 644, 660, joa. Komm. Ja, jetzt willst du nicht mehr so. Zu ganz. So, jetzt ist das auch fertig. Hat aber nicht wirklich viel gemacht scheinbar. Ich will jetzt auf über 700 haben. Ich kauf mir das jetzt bis 700. Noch einmal. Ach, da bringt der gar nicht wirklich viel ein. Ah, da fehlt einer. Wenn ich verschiedene mache, dann bringt das auch was. Ich spreche wahrscheinlich verschiedene Leute mit an. So, wir nehmen das noch. Ist doch nicht schlecht. So, wir ziehen es hier. So. Hm. Box raus. Zack. Releasen. 750. New Record. Good Management. Gameplay ist ab. Und, und, haben wir noch irgendwas? Oh. Willst du mal drücken? Künstliche Intelligenz und Grafik ist ab. Und drei von meinen Leuten. Jawohl. Boah, wenn das nicht einsteckt, das Spiel. Virtual Reality. Herze. Nice. So. Wow. Nice. Ist besser als das MO vorher. Ne, 10. Krass. Okay. Glatte 9. Ja. Kann man mit leben. Wow. Wie das hoch geht. Ich bekomme 3- ferryª jemand und S determina. How so mehr? Das hoch geht.